Und hier die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 7. Februar. Im Süden fällt zum Teil kräftiger Regen. Auflockerungen gibt es kaum. Heute Nacht im Nordosten bis zu minus 10, am Oberrhein noch 7 Grad. Morgen Höchstwerte von minus 9 Grad im Harz bis 10 im Breisgau. Am Montag fällt vor allem in der Mitte und im Südwesten Schnee, am Dienstag in der Südosthälfte und am Mittwoch im Süden. Dort zum Teil aber auch Regen. Im Norden mal Sonne, mal Wolken mit Schneeschauern. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.